Mado kara mieru karayaku ume ichidim Ichin hono no so no adataka Eins versteh ich dich man, wieso strengst du dich an? Um ein Battle zu bestreiten, was du eh niemals gewinnen kannst Ich plage ein echtes Beispiel der Sturheit Doch in der Lage warst du gleich zum Scheitern beurteilt Mach einer Frühstall, zählst dich wohlgedickt wie Denimann Doch fickt man dein ganzes Team mit einem Klick beenden kann Wie dumm muss man sein? Wer hat dir das dumme Schwein gezeigt? Mach nur ruhig so weit in deinen Account, zwölf Stunden wie ein Stein Du bist Nummer 1, 2 aufzuträumen, Mann Wer schon Nummer 1 und ich dich aufräumen kann? Du kannst dir wohl den Schrein am Ende fliegt In deiner Lage, dich fürs Kühe kriegen In die Stadt gewendet, in den Schütterskleid ertrage Auch wenn es dir nicht gefällt, ist ich wohl leider sagen Wenn wir in einem Video nach unten Deutsch-Scheitsplätze haben Mein Partner kam mit Fußgleich für den Krieg des Mittelfinger Alles was dir einfällt für meine großen, dicken Dinger Aha, ok Leute, Lufus Qualifikation für den O18 Rap Battle Ich glaube es hat euch gefallen, ok auf jeden Fall Ich bin jetzt schon mit dem 16. also haut rein Ich bin jetzt schon mit dem Oxide Ach teachers Wood doinhak Ich bin jetzt schon mit dem